Dieser Riesling von Hüsken stammt zum Teil von über 100 Jahre alten Rebstöcken, die in den Steillagen der nördlichen Mosel stehen. Hier auf den von Schiefer geprägten Terrassen entsteht der Rieslingcharakter, der für die Mosel so typisch ist. Ein Wein, der durch seine rassige, beinahe vibrierende Art und seine klare und aromatische Frucht besticht. Für mich ist das Mosel-Riesling, wie er sein sollte.